Ah, auf der 10-11-Fahrt noch nicht. Vielleicht hast du irgendwas belegt, vielleicht ist der Kameanschluss hin. Das kann auch sein, was die Mittellitzen abbrochen beim Läden, irgendwo beim Stecker. Das Phänomen habe ich auch gehabt, dabei war das nur Kontakt für alle, weil es abbrochen war. Der Bildung von der Trommel habe ich runtergenommen, dass das etwas aufgeschaltet ist. Das andere ist jetzt frei, jetzt hänge ich gar kein Messgerät mehr rein, weil mit der Autoantenne, mit der originalen habe ich gerade 1-1. Und jetzt mit der Trommelantenne, mit dem halben ist klar 1-1, da muss ich gar nichts mehr reinhängen. Ja, dann gehen wir eh und bewegen jetzt den Stecker dort, wo das Messgerät rausgenommen hat und schauen, ob sich etwas verändert. Dann weißt du, dass du da ein Läden hast. Ah, auf der Karte trommel ist ein Läden. Die Verbindung zwischen der Trommel, das ist schon einmal gestickelt und den Mittelkontakt, wo ich den PE aus dem Einbau habe. Ja, das ist schon einmal vor, ich hoffe, dass du da ein Läden hast. Ich möchte mich sehr gerne freuen, dass du das auf dem Feld enthältst. Ansonsten, ich möchte dich jetzt zurück, dass du da an siehst und dich nicht